Was ist ein ganz besonderes Teilchen? Es ist ein ganz, ganz besonderes Teilchen, das eben die Funktion hat, den anderen Teilchen, den elementaren Teilchen, Masse zu verleihen. Und Masse ist natürlich eine enorm wichtige Eigenschaft. Stellen Sie sich vor, das Elektron hätte keine Masse, dann würde so etwas wie eine Atombindung gar nicht zustande kommen können. Damit gäbe es de facto uns gar nicht. Das Labor der Teilchenphysiker an der Universität Freiburg. Hier werden ganz spezielle Detektoren gebaut. Die Freiburger Eigenentwicklung ist für den europäischen Teilchenbeschleuniger CERN in Genf bestimmt. Dort sollen beim sogenannten Atlas-Experiment die Hinterlassenschaften von Higgs-Teilchen aufgespürt werden. Das Team um Professor Karl Jakobs will Elektronen finden, die einem der nur 10 hoch minus 22 Sekunden existierenden Higgs-Teilchen entsprungen sind. Das ist 10 hoch minus 22. Sie nehmen eine Milliardstel Sekunde, davon nochmal ein Milliardstel und dann nochmal ein Zehntausendstel. Dann sind Sie bei der Zeit in Sekunden, nach der das Higgs-Teilchen wieder zerfällt. Das zerfällt zum Beispiel in vier Elektronen oder in vier Myonen. Dann besteht die Kunst darin, dass man die Elektronen hier vermisst, die Spurpunkte vermisst, aus den Spurpunkten den Impuls vermisst. Wenn man das viermal hat für vier Elektronen, kann man daraus die Masse rekonstruieren, aus denen die Elektronen entstanden sind. Das kann dann die Higgs-Masse sein. Mit dem Nachweis von Higgs-Teilchen erbringen die Wissenschaftler gleichzeitig den Nachweis für die Existenz eines masseverleihenden Feldes. Im Durchgang durch dieses Higgs-Feld gewinnen Teilchen an Masse. Das Higgs-Feld ist omnipräsent und das sogar im vermeintlich leeren Vakuum. Wenn Sie gefragt würden, was ist ein Vakuum, da würde jeder naiv sagen, ich nehme eine große Pumpe und pumpe alles aus einem Zylinder, der gut isoliert ist, heraus und dann ist da nichts mehr drin. Das ist das Vakuum, so stellt man sich das Vakuum vor. Und dem ist aber nicht so, sondern nach der Theorie von Braut, Angler und Higgs ist in diesem Vakuum immer das Higgs-Feld vorhanden. Und das Higgs-Feld können Sie niemals herausbringen. Der experimentelle Nachweis von Higgs-Teilchen und damit des Higgs-Feldes bringt die Physik ein Stück weiter im Verständnis der vielen Teilchen, die den Kosmos ausmachen. Vollständig ist das Mosaik aber dadurch noch lange nicht. Wenn Sie abends in den Himmel hinausschauen, dann sehen Sie Sterne, die leuchten natürlich. Wenn man das alles aufsummiert, die Masse, dann reicht das nicht, um die Energiedichte des Universums zu erklären. Es gibt also einen großen Anteil an dunkler Materie und es könnte sein, dass man diese dunkle Materie am Beschleuniger im CERN in den nächsten Jahren produziert.